Glückwunsch zu dem großen Sieg. Wie war das Spiel? Ich glaube, es hat gedauert. Wir haben sehr geduldig sein müssen. Im dritten Drittel hat sich die Arbeit ausgezeichnet. Der Wies hat uns mit unglaublichen Saves im zweiten Drittel rausgeholt. Wir hatten ein paar Breakdowns, die wir nicht hergeben hätten sollen. Aber wir waren sehr geduldig und haben dann im dritten Drittel die Tore geschossen. Ist dem Gegner dann einfach die Kraft ausgegangen, die Power und dann hat man nach Belieben treffen können? Ich glaube, wir haben einfach unser Eiserchen gespielt, die Scheiben tiefgebracht und konsequent die Scheiben zum Tor gebracht. Mit Spielern zum Tor, die was hart gearbeitet haben vor allem da. Dann sind sie Gott sei Dank jetzt eine einmal. Tolle Punktzahl jetzt nach vier Spielen. Wie kommt das im Team an? Jetzt hat man es nach vier Spielen schon geschafft, in die Playoffs zu kommen. Ja, ich meine, das ist perfekt. Wir haben uns das vorgenommen heute. Wir wollten das unbedingt tight schon fixieren. Ist uns gelungen, super. Wie gesagt, mit den letzten zwei Spielen waren wir nicht so zufrieden. Dafür, ich glaube, heute können wir mit uns zufrieden sein und wir haben einen super Spielzeug. Ist das auch quasi der perfekte Start für die ganze Saison? Ja, man geht in jedes Spiel zu gewinnen. Wir haben vier Spiele, vier Siege. Ist natürlich super. Aber jetzt startet die Liga am Freitag in Linz. Wir müssen 100 Prozent bereit sein, gut analysieren alles und trainieren die Woche. Dann wird das schon passen. Eine letzte Frage noch dahin. Muss man sich da irgendwie umstellen? Ist das anders in der Liga zu spielen? Nein, wir wollen uns gegen den Gegner anpassen. Wir spielen unser System und das ist gegen jeden Gegner gleich. Vielen Dank. 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 How satisfied are you now with getting into the playoffs of the four games? Yeah, it was a big goal for us. I mean, Champions Hockey League is important to us, that's for sure. And, you know, when we came into this, you know, we have big goals one game at a time, but yeah, this is a great accomplishment and we're pleased with the guys. and we'll see you in two days.